Moin! Herzlich Willkommen zum Set auf Riechgeil! Ich stehe jedes Mal wie so auf Volli-Türten, oder? Moin! Herzlich Willkommen zum Tag 2 in Schladming. Wir wollten eigentlich nach Leogang fahren, aber es hat die ganze Nacht einfach volles Rohr gepisst. Es hat einfach nur gepisst, deswegen sind wir hier geblieben. Es wird heute auf jeden Fall eine abgefahrene Schlammparty. Wir sind gerade beim Frühstücken, beziehungsweise bereiten unser Frühstück vor. Kaffee haben wir schon getrunken. Und dann... ...gehts ab. So Leute, wir sind oben. Das Wetter ist richtig geil! Gucken wir mal. Ich will mir zappern, ey. Boah! 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 Musik Oh Oh wow 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 Ja du warst nicht richtig im Anlieger drinnen So wir sind wieder on air Mal gleich mal gucken was der Richard sagt Ob es weiter geht oder nicht Wie ist denn? Schulter? Geht so Geht so? Auf jeden Fall hat er sich die Tasche an der Hust abgerissen Wir nehmen einenenenenenenenenen der Stunden Dramatik Machen 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 Ja Das war's. Feinstes Wetter da drüben. Guckt's euch an. Das hast du eigentlich fast besser fahren wie es dann, oder? Du hast ja schon Vertrauen zurückgekriegt, oder? Oder? Naja, weil du... Trotz dem Sturz in der Kurve jetzt schon ganz schnell wieder rein hältst. Jacko! Wie ist das? Ich tue. Timm dich! Timm dich! Timm dich! Nichts. Timm dich! Timm dich! Timm dich! Timm dich! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Runde 2, jetzt ohne Sturz Da haben wir schon mal so einen kleinen Rutscher Die Bechtelsteller Da woher Ja Da woher 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 Nudel aus der Dose Yummy Jo So sieht's aus Ist auf jeden Fall geil Jetzt macht ihr jetzt Bock Ist zwar schlammig Ist zwar schlammig Ist zwar schlammig Aber geil weil die Sachen so rum Aber es macht richtig Bock Geiler So Freunde oder so Jetzt gibt es noch ein paar Chesty Aufnahmen heute Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben Ob das cool ist oder nicht Ich find's ja immer nicht so geil Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin So, jetzt geht's. oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020